Den Polo Style gibt es jetzt schon ab 224, den Golf Live ab 251 und den T-Cross Style ab 257 Euro monatlich. Nicht nur in der Basisausstattung, sondern mit coolen Extras. Wie zum Beispiel Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, LED-Matrix-Scheinwerfer und viel mehr. Alles ohne Anzahlung. Kommt gern vorbei für eine Probefahrt und lasst euch ein individuelles Angebot erstellen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.